Hallo sehr geehrte Zuschauer, schön dass ihr eingeschaltet habt und heute habe ich diesen Lavillier Mikrofon mir bestellt und heute ist es endlich angekommen. Von Rode ansteckt Mikrofon. Gleich hört ihr den Ton über das jetzt. Ihr hört den Ton jetzt von dem Rode Mikrofon. Hier steckt. Das hier funktioniert jetzt richtig gut. Ich habe das jetzt an meine Videokamera eingeschlossen. Ich habe noch einen Adapter für das Handy. Für dieses Mikrofon. Das funktioniert jetzt sehr gut. Ich muss das für die neue Video machen, weil es zu kurz war. Aber ihr versteht mich jetzt richtig gut, oder? Heute ist es wirklich schönes Wetter draußen. So, tschau Leute. Schön, dass ihr dabei wart und tschau bis zum nächsten Mal.